Ja, die Tesla hat Quartalszahlen gemeldet und die waren sehr enttäuschend und wurden auch entsprechend von der Börse abgestraft. Kaum eine Aktie wird so kontrovers diskutiert wie die Tesla-Aktie und genauso kontrovers ist auch der Kursverlauf. Wir schauen uns erstmal die Quartalszahlen an und reden dann über den spektakulären Verlauf der Aktie, denn der ist ganz schön verrückt. Hier im oberen Teilschart sieht man die Kursentwicklung der Tesla-Aktie und im unteren Teil sieht man die Performance, die man mit der Tesla-Aktie gemacht hätte. Wenn man im Jahre 2012 in die Aktie eingestiegen wäre, dann hätte man im November 2021 über 20.000% Gewinne gemacht. Das bedeutet, wer hier eingestiegen wäre im Jahr 2012 mit 5.000 Euro, der wäre genau an diesem Punkt im November 2021 Millionär geworden. Das ist die eine Seite von Tesla. Die andere Seite ist, an diesem Hochpunkt hatte die Tesla eine Marktkapitalisierung von ungefähr 1,2 Milliarden US-Dollar. An dem Punkt hier, das war der Dezember 2022, also 13 Monate später, lag die Marktkapitalisierung nur noch bei 362 Milliarden Euro. Das heißt, diese verrückte Tesla-Aktie hat es geschafft, innerhalb von 13 Monaten 838 Milliarden US-Dollar an Wert zu verlieren. Die Deutsche Bank ist 20 Milliarden wert, das heißt, die Tesla hat es geschafft, in 13 Monaten 42 Mal die Deutsche Bank zu versenken, also im Wert zu versenken. Das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man über die Tesla-Aktie spricht. Sie hätte dich zum Millionär machen können, aber in dieser Abschwungphase hat sie 42 Mal den Wert der Deutschen Bank vernichtet. Also das ist schon spektakulär, wie ich finde. Jetzt aber zu den Zahlen, die gerade gemeldet wurden. Die Earning Per Shares wurden mit 0,846 US-Dollar geschätzt, erreicht wurden 0,85. Das heißt, da ist man genau auf den Schätzwerten. Bei den Revenues, also bei den Umsätzen, wurden 23,6 Milliarden US-Dollar geschätzt, erreicht wurden 23,33. Da lag man etwas drunter. Die Enttäuschung in den Geschäftszahlen rührt natürlich daher, dass man den Vergleich zum Vorjahr macht. Im Vorjahr hatte man noch Gewinne pro Aktie von 1,07 US-Dollar. Aktuell sind es 0,85. Das heißt, wir haben da einen Ergebnisrückgang von 20,6 Prozent. Auf der Umsatzseite genau das Gegenbeispiel. Wir hatten Vorjahresumsätze von 18,76 Milliarden US-Dollar und haben aktuell berichtet 23,33 Milliarden, was einen Anstieg von 24,4 Prozent beträgt. Das ist halt eben die Strategie der Tesla. Die hat sich Umsätze erkauft, indem sie, ich glaube, sechs Preisnachlässe in Folge gemacht hat. Das ist halt eben der Wechsel, das hat der Musk ja auch gesagt, von einem Nischenanbieter hin zu einem Massenmarkt. Der muss sich mittlerweile die Umsätze erkaufen. Was hat die Börse aus diesen Zahlen gemacht? Sie hat einen Tagesverlust von minus 9,75 Prozent gemacht. Das hört sich gar nicht so spektakulär an. Also gestern war Sartorius ja auch in der Meldung. Die haben auch 10 Prozent verloren. Nur wenn man diese 10 Prozent in Vermögenswerten umrechnet, die Tesla hat einen Wert von über 500 Milliarden US-Dollar, dann hat die Aktie gestern über 50 Milliarden US-Dollar verloren. Ich bleibe bei dem Beispiel der Deutschen Bank. Die Tesla hat gestern an einem einzigen Tag zweimal den Wert der Deutschen Bank vernichtet. Also die Tesla ist ein Schwergewicht auf dieser Welt, ist in fast jedem ETF, ist in fast jedem Produkt, das wir in unseren Depots haben, mit Bestandteil. Das heißt, wenn die Tesla 10 Prozent verliert, dann werden unglaublich hohe Vermögenswerte vernichtet. Jetzt, das war der Vorspann, jetzt einfach mal der Check einer Aktie. Ich fange immer an mit einem 10-Jahre-Chart. Hier kann ich das kurz fassen, weil ich ja eben das 11-Jahre-Chart besprochen habe. Trotz alledem ist, also trotz dieses Absturzes der Tesla-Aktie, hat die Tesla-Aktie es geschafft, in den letzten Jahren 4.693 Prozent Gewinn zu machen. Also das ist verrückt. Also dieses horizontale Laufen der Aktien, dieser explosionsartige Anstieg, dann dieser Kurs-Crash und trotz alledem ist die Performance immer noch bei 4.693 Prozent im 10-Jahre-Schnitt. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 47,3 Prozent, ist ein bisschen Theorie, aber du hättest alle zwei Jahre dein Kapital verdoppelt. Du hättest allerdings, das muss man sich nochmal vor Augen führen, du hättest vor zehn Jahren in die Aktie einsteigen müssen. Es bringt also nichts, wenn du erst im Jahr 2021 eingestiegen wärst. Hier hättest du also früh genug mit dabei sein müssen. Die Unternehmensdaten, die Marktkapitalisierung beträgt 584 Milliarden US-Dollar. Ich muss darauf hinweisen, dass die Reduktion von 10 Prozent hier in den Zahlen noch nicht mit dabei war. Der Datenanbieter hatte die noch nicht aktualisiert. Also ich denke mir, die wird jetzt etwas über 500 Milliarden liegen. Tesla hat im Jahr 2082 81,5 Milliarden Umsätze erzielt und aus denen hat sie 12,6 Milliarden Ergebnisse erwirtschaftet. Das entspricht einer Umsatzrendite von 15,5 Prozent. Die Umsätze in den letzten sieben Jahren sind um über 1000 Prozent angestiegen. Ein Ergebnisvergleich macht keinen Sinn, weil im Jahr 2016 hat die Tesla noch Verluste gemacht. Um die Tesla mal ins Verhältnis zu setzen zu einer Daimler-Benz oder zu einer BMW. Mercedes hat eine Marktkapitalisierung von 73 Milliarden, BMW eine von 59. Also mal den dicken Daumen genommen. Die Tesla ist zehnmal so viel wert wie eine BMW. Also die Tesla ist ein richtig großes Schwergewicht. Ja, jetzt habe ich mich nicht vertippt. Ihr seht hier in der Überschrift die Johnson & Johnson. Ich erkläre einfach mal, was ich hier darstelle. Im oberen Teilschart zeige ich immer die Kursentwicklung in einem Flächenschart. Und im unteren Teil zeige ich immer die Kurseinbrüche. Ich möchte also immer wissen, um wie viel Prozent Kurse einbrechen und welche Krisen eine Aktie mitmacht. Das ist die Kursentwicklung der Johnson & Johnson. Da ist es zu einem Kurseinbruch von über 20 Prozent nur ein einziges Mal in zehn Jahren gekommen. Jetzt schauen wir uns mal die Tesla an. Und in diesem Chartbild kann man nichts erkennen. Deswegen muss ich gerade mal auf die Johnson & Johnson verweisen. Man sieht also, dass die Tesla-Aktie alle naselangen Kurseinbrüche von 20 Prozent und mehr gemacht hat. Und dass die Kurseinbrüche auch durchaus mal ein Jahr und länger in Anspruch genommen haben. Das ist halt eben so. Eine Aktie, die in 13 Jahren 20.000 Prozent Gewinne machen. Da sind selbst kleinste Kurseinbrüche, haben da enorme Auswirkungen. Und von welchen Zahlen man bei diesen Kurseinbrüchen spricht. Ich nehme ja auch nur die großen Einbrüche hier in dem Zehn-Jahress-Schnitt raus. Also die Tesla ist in 2016 15 Prozent eingebrochen. Im Jahr 2019 in der Spitze um 51. Die Corona-Krise hat 60 Prozent an Vermögenswerten vernichtet. Und der letzte Einbruch, den wir eben beschrieben haben, wo also über 800 Milliarden US-Dollar an Vermögen vernichtet wurden, das entspricht einer Kursreduzierung von 73 Prozent. Also wer die Tesla-Aktie gehalten hat, wer die seit zehn Jahren in seinem Depot hat, der ist auf der einen Seite vermögend. Der musste auf der anderen Seite aber sehr viel Schmerzensgeld bezahlen. Denn abgesehen von diesen großen Einbrüchen, die ich hier gekennzeichnet habe, gab es auch immer wieder Einbrüche von 30, 40 Prozent. Das heißt, der, der die Aktie hat, dem kann ich nur gratulieren. Der kann das ruhig mal in die Kommentare schreiben. Ich kenne nämlich niemanden, der die Tesla-Aktie hat. Also ich wäre wirklich froh, mal jemanden kennenzulernen und mit einem zu sprechen, der die Tesla-Aktie hat. Aber als Belohnung, das waren ja die 4.600 Prozent, hat man natürlich verdammt viele Schmerzen erlitten. Und ich kenne, wie gesagt, keinen, der diese Schmerzen ausgehalten hat. Also ich kenne auch keinen, der die 4.600 Prozent Gewinn gemacht hat. Aber vielleicht ist da ja einer dabei, der mir das Gegenteil davon belegen kann. Normalerweise leite ich anhand der 10-Jahres-Verläufe hier eine Strategie ab. Aber, also an eine langfristige Strategie. Nur bei der Tesla-Aktie fällt mir keine langfristige Strategie ein. Das war vor 10 Jahren, war das schon eine Wette. Das war ein Zock-Trade. Ja, wer mit kleinem Geld da eingestiegen ist und dabei geblieben ist, der konnte diesen kleinen Einsatz vergolden. Aber für eine langfristige Anlage ist die Tesla-Aktie einfach nicht geeignet. Also für kleines Geld, für eine kleine Wette auf das große Vermögen in 5 oder in 10 Jahren geeignet. Aber für eine solide Langfristanlage nicht geeignet. Meist leite ich dann auch noch eine Taktik ab. Das heißt, wenn man sich für eine Strategie entschieden hat, schaue ich mir immer an, ob der mittelfristige Zeitpunkt okay ist. Nur wenn man sich diese Hochs und Runters anschaut, also der Trendverlauf, das ist ein Indikator, den ich hier entwickelt habe, der ändert seine Richtung immer dann, wenn es Kursveränderungen von mindestens 30% gibt. Das heißt, selbst da, wo man glaubt, dass die Kurse ja seitwärts verlaufen, da täuscht einfach dieses Chartbild. Da geht es ganz schön zur Sache. Also 30% hoch und runter ist auch in diesem Zeitrahmen hier schon normal gewesen. Und es ist immer leicht im Nachhinein zu sagen, ja, ist doch eine tolle Momentum-Aktie. Man hätte doch hier Geld machen können, da hätte man Geld machen können. Aber die Ausschläge bei dieser Aktie sind so enorm hoch, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand auch im mittelfristigen Bereich mit dieser Aktie erfolgreich gewesen ist. Also ich hätte es auf keinen Fall geschafft. Ich habe die Aktie auch nicht im Depot. Ich habe sie mir noch niemals zuvor angeschaut. Das ist das erste Mal, dass ich für mich selber die Tesla analysiere, weil hier war es mir schon zu spektakulär. Und was die Aktie in den letzten fünf Jahren gemacht hat, das ist so abseits von dem, was ich in meinem Depot haben möchte. Ich habe die Aktie einfach liegen lassen. Trotz alledem kann es ja vorkommen, dass eine Aktie, die so volatil ist, einfach im kurzfristigen Bereich Spaß machen kann. Dann ziehe ich mir immer das letzte Jahr raus. In dem Fall habe ich mir mal die Zwei-Jahres-Entwicklung angeschaut. Ich wollte einfach mal sehen, ob es da vielleicht ein bisschen normaler, ein bisschen ruhiger zur Sache geht. Im Ergebnis kann man sagen, dass wenn du die Aktie vor zwei Jahren gekauft hättest, du heute 34,3 Prozent im Verlust gewesen wärst. Aber der Leidensweg der letzten zehn Jahre, den hattest du auch in zwei Jahren. Wenn du vor zwei Jahren gekauft hättest, wärst du nach wenigen Wochen und Monaten mit, ich sage mal, 25 Prozent im Verlust gewesen. Da steigt die Aktie von 200 US-Dollar auf über 400. Das heißt, du hast in zwei Quartalen, hast du 100 Prozent Gewinn gemacht. Von den 400 US-Dollar, auch in wenigen Monaten, fällt die Aktie wieder zusammen und landet wieder bei 200 US-Dollar. Das ist eine Halbierung, also 50 Prozent verloren. Hier steigt die Aktie wieder von 200 US-Dollar auf ungefähr 300. Da hast du auf einmal einen Kurssprung von 50 Prozent nach oben. Und von den 300 fällt die Aktie wieder runter auf knapp über 100. Da hast du auf einmal wieder 60 Prozent Verlust. Also auch im Zwei-Jahres-Chart sind das gewaltige Bewegungen, die man hier hat. Ich sage, das ist nicht handelbar. Das ist ein reines Zockerpapier, auch auf die Sicht von zwei Jahren. Und naja, in dem Fall kann man nicht einmal sagen, dass man Schmerzensgeld gekriegt hätte, wenn man in den letzten zwei Jahren in der Aktie drin war. Man hat hier 34 Prozent an Wert verloren. So, jetzt kommt das Jahresschart und das Jahresschart sieht auch nicht besser aus als das Zehn-Jahresschart oder das Zwei-Jahresschart. Du hättest also im Jahresvergleich 51 Prozent verloren. Und dieser Abschlag sind natürlich die 10 Prozent Kursrückgang gestern aufgrund der schlechten Quartalszahlen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Aktie nach diesem Rutsch, nach diesem Kurseinbruch eher den Weg nach unten aufnimmt, als den nach oben. Aber dafür habe ich mir dieses Chancen-Risiko-Chart entwickelt. Ich möchte auch farblich schon sehen, ob ich eher Chancen auf der Oberseite habe. Das wäre diese grüne Fläche. Oder ob ich mehr Risiken auf der Unterseite habe. In dem Fall nimmt die Aktie Schwung auf, auf die Unterseite. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Aktie auch vielleicht sogar die Tiefs anläuft. Aber bei dem Musk kann man nie wissen. Der setzt einen Tweet ab und auf einmal springt die Aktie 20 Prozent in die Höhe. Aber wenn die Aktie wirklich diesen Kurs nehmen sollte auf das Jahrestief, fände ich das für einen Einstieg im kurzfristigen Bereich nicht uninteressant. Also ich muss noch mal wiederholen. Ich bin ja Langfristanleger. Langfristig kommt die Aktie für mich nicht in Frage. Wir sind hier wirklich im Bereich Trading. Nur wenn die Aktie hier fallen sollte und einen Boden ausbildet, dann ist natürlich unglaublich viel Luft nach oben. Also unten sind wir bei ungefähr 100 Euro. Um auf das Jahreshoch zu kommen, sind wir bei 360 Euro. Also eine 3,6-Verfachung wäre da möglich. Aber nur kurzfristig, nur eine reine Spekulation. Die Bewertung der Tesla mache ich in dem Fall kurz. KGV 29,6 bei einem Wachstum von 24,9 ist die Aktie theoretisch auf den ersten Blick sogar fair bewertet. Nur das KGV kennt ja zwei Komponenten. Das eine ist der Kurs, das andere ist der Gewinn. Wenn eine Aktie so einen verrückten Kursverlauf hat, also wenn 50% der Kennzahl so volatil ist und so uneinschätzbar ist, dann mache ich große Einschränkungen, was die Bewertung der Aktie betrifft. Also mathematisch und optisch im Moment okay bewertet, aber der Stellenwert dieser Aussage ist bei mir nicht allzu groß. Ja, jetzt habe ich mal was Verrücktes gemacht. Ich setze ja immer eine Aktie, die ich überprüfe, ins Verhältnis zu einem Benchmark. Ich will ja nicht irgendeine mittelmäßige Aktie haben. Ich will ja eine Aktie haben, die den Benchmark schlägt. Ich vergleiche die Aktie immer in zwei Komponenten. Einmal, was den Kursverlauf betrifft und anschließend, was die Performance betrifft. Und ich habe diese Tesla-Aktie jetzt einfach mal ins Verhältnis zu einem kompletten Gegensatz einer Aktie gesetzt, nämlich zur Johnson & Johnson. Die Johnson & Johnson habe ich vor zwei Wochen analysiert. Also wer Spaß an der Aktie hat, kann sich das Video mal anschauen. Die Johnson & Johnson hat seit zehn Jahren eine Richtung, einen Aufwärtstrend, der ist nicht einmal durch die Corona-Krise unterbrochen worden. Das heißt, die Aktie läuft zehn Jahre ganz klar in einem Aufwärtstrend. Was die Tesla-Aktie macht, haben wir ja beschrieben. Also wenn ich die Wahl habe in der Langfristanlage, würde ich lieber eine Aktie haben, die mich ruhig schlafen lässt oder eine Aktie, die mich um den Schlaf bringt. Dann bin ich immer bei einer Johnson & Johnson. Nur jede Medaille hat auch eine Kehrseite. Die Kehrseite bei der Johnson & Johnson ist, dass sie eine Performance in den letzten zehn Jahren, die müsste so bei 150 Prozent liegen. Also das, was aussieht wie die X-Aktie, ist die Performance der Johnson & Johnson und mit einem Wert von 150 Prozent im Gewinn. Aber im Vergleich zu der Performance einer Tesla-Aktie ist das natürlich gar nichts. Also da muss man sich einfach mal entscheiden, will man eine Spekulation haben? Für eine Spekulation wäre die Tesla, ist sie vielleicht heute auch noch eine gute Option. Aber für die langfristige Anlage kommt natürlich nur eine Johnson & Johnson in Frage. Und dann mache ich immer eines. Ich stelle immer die Differenz der Performance dar. Ja, und dann komme ich halt eben auf dieses Bild. Also logisch, eine Aktie, die 12.000 Prozent in den letzten zehn Jahren gemacht hat, ins Verhältnis zu setzen zu einer, die 125 oder 150 Prozent Gewinn gemacht hat, das führt natürlich zu einer ganz klaren Outperformance. Wir haben jetzt die Tesla-Aktie analysiert. Ich bin froh, dass ich da nie in der Aktie investiert war. Also das Schadbild alleine hat mich immer schon abgeschreckt. Trotzdem hat es mir sehr viel Spaß gemacht, dass ich die Aktie mal wirklich analysiert habe und mir wirklich mal vor Augen geführt habe, was passiert, wenn diese großen Schwergewichte, die einfach vom Markt in die Höhen getrieben werden, wenn die einbrechen, da werden Vermögen vernichtet. Ja, also nicht nur Notenbanken können Geld erzeugen und Geld vernichten. Also in dem Fall muss ich sagen, die Tesla kann das auch. Die hat in den letzten zehn Jahren einen Wert von 1,2 Billionen geschaffen, um dann innerhalb von 13 Monaten 838 Milliarden zu versenken. Für mich ist die Aktie nichts. Ich kann sie für eine langfristige Anlage auch nicht empfehlen. Also das passt in kein Depot, wenn man auf die Sicht von 15 Jahren spricht. Zumindest nicht, wenn man dann mit substanziellen Vermögenswerten in der Aktie drin ist. Alles, was ich hier besprochen habe, ist meine persönliche Meinung. Das sind alles nur Informationen und können natürlich keine Anlagenberatung oder Empfehlung darstellen. Wenn einer von euch in der Tesla-Aktie seit zehn Jahren investiert ist, bitte schreibt das mal in die Kommentare. So, eine schöne Woche noch. Tschüss.